Mein Name ist Isabella, ich komme aus Kolumbien und ich studiere gerade Wirtschaftsrecht an der Hochschule Schmalkalden hier in Thüringen. Mein Studienberater von der Schule hat mich über die Hochschule Schmalkalden erzählt. Ich wusste gar nichts, ich wusste gar nicht was Schmalkalden war oder wo es liegt, ich wusste gar nichts davon. Aber dann hat er mich so ein bisschen darüber erzählt und dann habe ich mich einfach entschieden, dass es die beste Möglichkeit für mich wäre. Erstens, weil es wie gesagt eine kleine Universität ist und zweitens, weil es so einen näheren Kontakt mit den Professorinnen zum Beispiel gibt, mit den anderen Leuten, man kann einfache Freunde finden und dann habe ich mich einfach darüber entschieden, dass Schmalkalden eigentlich die Stadt für mich ist. Bevor ich hier nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich gar nicht vorgestellt, wie Thüringen aussehen sollte. Also ich war noch nicht hier. Und als ich als erstes mal den Zug genommen habe, das war sehr überraschend für mich, das war erst mal so Herbst und deswegen könnte ich noch die grünen Landschaften sehen und die Senswürdigkeiten waren auch sehr schön. Also Thüringen muss ich sagen, ist sehr grün. Es ist sehr schön, also man sieht immer so diese schönen Landschaften, die man einfach nur in Filmen oder so sieht. Schmalkalden ist zum Beispiel ein sehr sehr gutes Beispiel davon, weil wir genau so in der Grenze von dem Wald liegen und deswegen kann man so die Natur überall sehen. Und mit überall meine ich überall in Schmalkalden. Ja, ich komme aus Medellin, da passiert vieles, da hört man jeden Tag die Autogeräusche, das alles ist so sehr chaotisch. Ich wollte etwas anderes und deswegen habe ich mich für Schmalkalden entschieden. Medellin, wo ich wohne, war vor 30 Jahren die gefährlichste Stadt in Kolumbien und Lateinamerika. Hier in Deutschland ist es nicht so. Ich bin immer zufrieden, von meiner Freundin im Wohnheim zu mir zwölf Uhr nachts alleine zu laufen und dann fühle ich nichts. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich in Gefahr bin oder so. Ja, also die Unterschiede ist riesig, sehr sehr riesig. Ich wohne gerade in den Studierendenwohnheimen an der Hochschule. Die Wohnheime liegen genau im Campus, was ich einen großen Vorteil finde und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Meine anderen zwei Mitbevorderungen sind sehr toll und einfach die ganze Erfahrung mit dem Studierendenwerk ist sehr, sehr gut geworden. Ja, mein Lieblingsplatz auf dem Campus muss sein, die Cafeteria. Also das ist mein Lieblingsort, weil man dort viele Leute kennenlernen kann. Und deswegen kann man sich mit mehreren unterschiedlichen Kulturen umgehen und das ist mein Lieblingsort, muss ich sagen. Deutschland bietet ein sehr, sehr Hochqualitätsstudium und es ist auch billig hier zu leben. Die Universitäten sind publik, also muss man nichts dafür bezahlen. Also ein kleines Tipp, den ich für die Leute geben kann, ist einfach zu kommen. Alles wird klappen. Deutschland bietet sehr, sehr Möglichkeiten, hierbleiben zu können, fördern Möglichkeiten. Ein Typ ist einfach zu kommen und das besser herauszuholen. Die Universitäten sind nicht dabei, wo man